Da ist der Truck, Liam Kameran. Und los! Aus dem Weg! Ich hab ihn! Und er stinkt fürchterlich. Reife Leistung, das ist der Müll. Und der echte Täter ist entkommen. Nicht so schlimm, wir haben gute Aufnahmen. Zeigen wir es der Rektorin. Das nenne ich eine gute Story. Aber wer ist der Täter? Ähm, wissen wir noch nicht, aber wir sind dicht dran. Jetzt will ich auch wissen, wie es ausgeht. Ich gebe euch den Rest der Woche Zeit. Ja, ein Pfeil für das Action-News-Team. Und jetzt raus. Da ist der Fahrer, ganz pünktlich. Zack, stehst du da schon lange? Wir dachten, du schläfst noch. Das nennt sich Tarnung, Rusty. Und jetzt? Wo zum Geier ist der Popcorn-Dieb? Ist wohl nicht gekommen. Lasst uns mit dem Fahrer sprechen. Action-News-Team! Haben Sie was zur Popcorn-Situation zu sagen? Wir haben Sie bei einem Treffen beobachtet. An wen haben Sie das Schulpopcorn verkauft? Wovon redest du denn da nur? Heute ist mein erster Tag. Der letzte Fahrer wurde nach Kansas City versetzt. Das hat der Popcorn-Dieb arrangiert. Er weiß von uns. Aber wieso sind Sie weggerannt? Na, wenn man so einen schrägen Busch sieht, läuft man eben instinktiv weg. Und was machen wir jetzt? Wir müssen den Popcorn-Dieb aus der Deckung locken. Ich hab einen Plan. Zack, wir brauchen deinen Peilsender und Kleids Gewürz-Set. Wenn der Täter Popcorn mag, kann er dem hier nicht widerstehen. Kleids berühmtes Rosmarin-Popcorn. Also gut, wir halten abwechselnd Wache. Nur die Ruhe, das kann dauern. Popcorn in Bewegung. Jetzt geht's los. Es geht los. Er fährt Richtung Kai. Er will nach Kanada fliehen. Nicht mit mir. Liam, halt die Kamera drauf. Jetzt wird's ernst. Nur keine Sorge, ist alles drauf. Oh, seht mal hier. Ein Popcorn-Kern. Und gleich eine ganze Spur davon. Ach du Grütze. Der hat ja schlechtere Tischmanieren als meine Oma. Abgeschlossen. Aus dem Weg. Liam, halt die Kamera drauf. Nur keine Sorge, ist alles drauf. Bingo. Es ist soweit und los geht's. Action News Team, wir kommen rein. Meryl, Sie haben das ganze Schulpopcorn abgezweigt? Oh, es tut mir so leid. Ich wollte nur in Ruhe ein bisschen meine Sendung gucken. Und nichts ist schalldichter als Popcorn. Oh, bitte sendet das nicht, Kinder. Sonst verliere ich meinen Job. Das würden wir niemals tun. Auch wenn wir dann keine Story haben. Und somit auch keine Sendung. Ach, das ist wirklich lieb von euch. Halt! Ich hätte eine andere Story, die eure Sendung retten könnte. Seit Jahren erzählt man sich davon, aber niemand konnte ihn bisher finden. Doch jetzt ist es soweit. Dank eines anonymen Tipps hat das Action News Team den geheimen Game Room der Schule entdeckt. Und das war's für heute. Wir warten ein paar Games auf uns. Bravo. Diesen Raum suche ich schon seit Jahren. Gute Arbeit, Team. Ihr könnt eure Sendung behalten. Und Meryl? Lust auf eine Runde Air-Hockey? Nichts würde mir süßer schmecken. Ha, ha, ha. Ach, und Zack. Ich schulde dir einen neuen Sender. Ist schon gut. Leute, ich habe eine brandneue Story. Man erzählt sich, es gibt einen Whirlpool im Lehrertimmer. Das Action News Team macht sich sofort dran. Aui, die sieht echt zum Anbeißen aus. Oh ja, ich habe gehört, sie soll drei Sprachen sprechen. Habt ihr hier lachen gehört? Das ist so ansteckend. Ich liebe den Duft ihrer Haare. Was, zu viel? Hey, sie kommt. Seid cool, seid cool. Hey, Jungs. Möchte vielleicht jemand meine Karotten? Äh, gut. Also, ja, ich werde dann, äh, ja. Was ist denn in die gefahren? Keine Ahnung, aber wir waren voll cool. Stella! Zu weiß. Yeah! Hey, Jordan, tausche Pudding gegen Fleischklops. Danke. Was? Ich dachte, sie mag rote Soße. Voll fies, Mann. Jetzt muss das Teil in die Reinigung. Falls es hier noch jemanden interessiert, ich bin raus aus der Schlangenformation. Ich bin schon viel länger raus als du. Hab nur nichts gesagt. Die Schlangenformation ist offiziell tot. Mir doch egal. Mir auch. Das ist für den Fleischklop. Das ist für den Zand. Das ist für das Blenden. Nimm das! Wie konnte das denn passieren? Ich dachte, ihr Jungs wärt beste Freunde. Die Zeiten sind vorbei. Tja, jammerschade. Ich fand's immer schön, wie ihr früher alle aufeinander Acht gegeben habt. Sie hat recht. Was ist nun los? Geben wir unsere Freundschaft wirklich für ein Mädchen auf? Das will ich doch gar nicht. Ich auch nicht. Ihr seid doch fast wie meine Brüder. Ich wüsste gar nicht, wie ich neue Freundschaften schließen sollte. Ich frage mich ernsthaft, wie es so weit kommen konnte. Und das Verrückte ist, das ist alles gar nicht unsere Schuld, sondern Stella. Sie hat uns zum Schreiten gebracht. Wie sagst du es? Der sollten wir mal gehörig den Marsch blasen. Schlangenformation? Stella, wir müssen mit dir reden. Hey Jungs, was geht's? Oh, das weißt du genau. Wir haben genug von deinen Spielchen. Äh, danke Lincoln. Mein was? Tu bloß nicht so unschuldig. Du hast fast unsere Freundschaft zerstört. Ja, du hast uns alle gedatet, um dann auszuchecken, wer die höchsten Wellen bei dir schlägt. Wer die höchsten Wellen schlägt? Was redet ihr denn da? Ist doch egal, das war's. Du konntest dich für keinen von uns entscheiden und jetzt kriegst du gar keinen festen Freund. Was? Tut mir leid, dass ich lache, aber da liegt ihr echt total daneben. Ich will keinen festen Freund. Ich wollte euch nur als Kumpels. Und zwar alle von euch. Wieso hast du das nicht gleich gesagt? Äh, jedes Mal, wenn ich einen von euch in der Gruppe angesprochen habe, habt ihr voll schräg reagiert. Da hab ich versucht, euch einzeln kennenzulernen. Durch, wie ihr es nennt, Dates. Ach, war wohl doch keine so gute Idee. Ihr könnt scheinbar nicht mit einem Mädchen befreundet sein. Ich geh jetzt zu einer echten Freundin, Mrs. Johnson. Oh Mann, wir haben's voll verbockt. Ist echt schade, denn Stella ist voll nett. Ich hatte gehofft, sie trainiert mich am Greifautomaten. Ja, ich hab gehofft, sie sucht mit mir eine Perücke für Omi aus. Und sie hätte toll in unsere Schlangenformation reingepasst. Als Klapperschlange. Tja, vielleicht gibt sie uns ja noch ne Chance, wenn wir ihr sagen, wie leid es uns tut. Hey Stella, wir wollten uns nur für unser Benehmen entschuldigen. Ja, du hattest recht. Nur weil du ein Mädchen bist und wir Jungs, heißt das nicht, dass wir nicht Freunde sein können. Unser Nichtwissen über Frauen könnte ganze Bücher füllen. Hoffentlich kannst du uns verzeihen, denn wir finden dich wirklich alle total nett. Als Kumpel. Ähm, okay, tja, auch gut. Wir werden dann mal, äh, man sieht sich dann. Wartet. Lincoln, was ist in der Kanne? Tomatensuppe von meinem Dad. Ich tausche mein Obstsalat dagegen. Deal! Hey, äh, würdest du deine Reiskekse gegen meine Quarkbällchen tauschen? Auf jeden Fall. Und tauscht du deinen Saft gegen meine Thunfischkekse? Sorry, Mann, das geht dann doch zu weit. Also gut, Leute, schlagt ein. Erster Mittelstufen-High-Five, check. Wer ist bereit für den ersten Tag? Auf jeden Fall. Ich hab mir diesen grünen Schnurrbart wachsen lassen. Mir kann nichts passieren. Okay, erstens, das ist ja wohl kaum ein Schnurrbart. Und zweitens, wieso kannst du nicht zugeben, dass du auch nervös bist? Hey, kein Grund, nervös zu sein. Wir sind doch alle zusammen in Mrs. Solters Klasse. Lynn sagt, die ist cool. Aber Lincoln, die verschweißen uns doch zum Frühstück. Wir sind jetzt nicht mehr die Großen. Wirklich, beruhigt euch. Ich sag's euch. Solange wir zusammen sind, wird alles gut. Jetzt geht's los, Mittelstufe. Freu mich so, ich kann's kaum sagen. Sind ahnungslos. Und nicht cool. Und mir ist ganz flow im Magen. Ich glaub nicht, dass ich schon so weit bin. Dann atme tief durch, sonst fällst du noch hin. Die Strategie, die steht, wir sind bereit. Ich hab Angst, und zwar doll, dass die mich in den Schrank werfen. Weiß nicht, wo ich hin soll. Und dieses Ding schert an den Nerven. Früher, da gab's Pizza-Woche. Wie wär's, wenn ich dir dafür Spaghetti koche? Keine Angst, wir werden's überstehen. Glaubt mir, kein Problem. Kann losgehen, kann losgehen. Glaubt mir, kein Problem. Kann losgehen, kann losgehen. Glaubt mir, kein Problem. Wow. Na ihr, ich bin Mrs. Holter. Okay, hier ein paar Infos. Saftbar ist dort, bedient euch gern. Auf euren Tischen stehen Namenskarten mit RIP-Hardcore-Thema. Ich liebe die Sendung. Und er ist ein persönlicher Freund von mir. Seht ihr, ich sag dir doch kein Grund zur Nervosität. Ähm, Mrs. Solter, ich find meinen Tisch nicht. Ich heiße Lincoln laut. Oh, okay, hier bist du. Du bist scheinbar in Mr. Bolhoffnes Klasse. Nein, das kann nicht stimmen. Ich wollte unbedingt in diese Klasse. Los, sag sofort, dass du das Formular abgegeben hast. Sag es. Hab ich. Hier, ich hab's abgehakt. Das ist kein Haken, das ist ein Flippifleck. Mrs. Solter, kann er nicht bleiben? Ich meine, er ist doch schon hier. Bitte. Ja, wir müssen zusammenbleiben. Ja, wir haben gerade ein Lied darüber gesungen. Oh, das tut mir aber leid, Kinder. Wir sind voll. Lincoln muss wohl in Mr. Bolhoffnes Klasse. Und wo ist die? In dem Schuppen da? Hier ein Saft für den Weg. Ist ziemlich weit. Oh. Lincoln, laut bitte ins Büro der Rektoren. Oh, was denn jetzt? Lincoln? Ich habe gute Neuigkeiten. Du hast dich als sehr entschlossener Junge erwiesen. Ich hab ein paar Beziehungen spielen lassen, damit du kriegst, was du willst. Oh, danke schön, danke schön. Meine Freunde werden sich so freuen. Du kommst also in einen kühleren Raum, etc., etc. Jetzt kriegen Sie für den Rest Ihres Lebens gratis, Poppers. Und zwar, weil du auf eine neue Schule gehst, auf der anderen Seite vom Fluss. Warten Sie, was? Eine neue Schule? Ja, es war nicht leicht, aber ich habe dich untergebracht, denn ich kenne den Rektor dort. Er ist mir was schuldig. Aber? Ich habe mich angestrengt, also tu du das auch. Ach, und übrigens, sie ist in Kanada. Oh, Kanada? Hätten wir nur ein Elch mit einem größeren Hinterteil genommen. Sind wir schon da? Ich schau mal aufs Navi. Scheint eingefroren zu sein. Schlag's mal wogegen. Toll, jetzt haben wir keine Karte. Ähm, also das ist vielleicht unser geringstes Problem. Ein Yeti. Duckt euch, Leute. Ich habe eine Kryptid-Kampfausbildung. Das? Lincoln, du hast uns gerettet. Ich habe mir Sorgen gemacht. Ich warte seit Stunden auf euch. Was war denn? Frag nicht. Liam, hast du noch was von der Butter? Mir friert hier der Schnurrbart ab. Wie du sehen kannst, sind wir ohne dich total aufgeschmissen. Vito, Zeit für die Operation Hockey-Team stoppen und von der Schule fliegen, damit dieser Albtraum endlich ein Ende hat und einen kürzeren Namen für diese Operation finden. Und los geht's. Haartrockner? Ohne Eis kein Hockeyspiel. Ja, stark. Wuhu. Wuhu. Los, gib ihn wieder her. Ja, heiliges Elfgeweih, was ist denn hier los? Oh nein, Rektor Marshall, sie haben uns voll erwischt. Ist dir klar, was du getan hast? Tut mir wirklich sehr leid. Ich bin einfach ein geborener Störenfried. Ich kann einfach nicht anders. Jedenfalls werfen sie mich jetzt sicher raus. Dann hole ich wohl mal meine Sachen. Nein, du hast mich gerettet. Ist das ihr Ernst? Ich wollte das Eis gerade selbst schmelzen. Du hättest übrigens auch die Heizstrahle anstellen können. Aber Haartrockner gehen auch. Ganz unter uns. Von mir aus kann das Hockeyspiel ruhig ausfallen. Der Trainer des Gegnerteams ist mein großer Bruder Gordi. Und jedes Jahr, egal wie das Spiel ausgeht, zieht er mir hinterher meine Unterhose lang. Ja, aber Rektor Marshall. Jetzt macht ihr mal keine Sorgen. Ich übernehme die volle Verantwortung dafür. Und jetzt zieht Schnur. Das ist kanadisch für Ziehtleine. Ich sag allen, dass das Spiel ausfällt. Brauchst du Hilfe, mein Junge? Wow. Was macht ihr denn alle hier? Also, das, was du da gesagt hast, war ganz richtig. Wir schaffen das schon. Und jetzt unser erster internationaler Frühstückstausch. Oh, danke Leute. Ihr seid die Besten. Ich hab Butter. Was habt ihr denn so? Jetzt kommt der Ahornsirup-Schlauch. Also, ich möchte heute keinen Sirup. Ich bin ein bisschen sirupmüde. Wow. Was starren die uns denn alle so an? Ist mein Hosenstall offen? Lincoln Laut, gemäß des kanadischen Ahornsirup-Kodex wirst du hiermit aus Kanada ausgewiesen. Tut mir leid. Drei Jahre? Dann ist die Mittelstufe vorbei. Leute, ich komme nach Hause. Stell dir vor, Zack. Auf der Poolparty kann man sich Tattoos kleben lassen. Oh, Mann. Nichts passiert. Ich bin in Mist gelandet. 97, 98, 99. Schade, dass du nicht hier bist, Lincoln. Ich hab vor, heute Abend einen Arschbomben-Rekord zu brechen. Seht euch das Sprungbrett an. Das wird voll der Tsunami. Noch ein Video von der Party? Nein. Meine Dads wollen nur wissen, ob ich schon mein Anti-Käfer-Spray benutzt habe. Aber das ist ein Video von der Party. Seht nur, was hier abgeht. Das gibt's doch wohl nicht. Eine Wasserrutsche? Und das verpassen wir jetzt alles. Vielleicht ist Liam ja einverstanden, wenn wir rübergehen. Nur ganz, ganz kurz. Hopp ich euch. Mann, das ist der Knaller, oder? Besser geht's echt nicht mehr. Wer braucht schon eine Poolparty, wenn wir doch hier auf der Farm alles haben, was wir wollen, hä? Los geht's. Jetzt werden Klapperschlangen gefangen. Oh, Mann. Er lässt sich nie drauf ein. Stimmt. Aber was, wenn er es gar nicht mitkriegt? Wir warten, bis er einschläft und gehen dann einfach kurz zur Party rüber. Ja, wir müssen nur wieder hier sein, bevor Liam aufwacht. Also, ich weiß nicht. Vom Lügen krieg ich Bauchschmerzen. Dagegen hab ich keine Medizin dabei. Wir lügen doch nicht richtig, Clyde. Wir schonen nur Limes Gefühle. Du sagst es ja. Und wenn ich dabei ganz zufällig meinen Arschbomben-Rekord verteidige, auch gut. Das ist noch besser als Jims Party zur Entfernung seiner Zahnspange. Ich geh mal ans Buffet. Mit leerem Magen lässt sich's nicht gut flirten. Ich lauf mal zum Tattoo-Stand. Und ich zur Wasserrutsche. Ich verteidige meinen Arschbomben-Rekord. Okay, Jungs. Treffen in einer Stunde hier. Dann geht's zurück. Die Zeit läuft. Echt jetzt, Rusty? Die Ladies stehen drauf. Moment mal. Chili-Soße? Ich dachte, das wär Ketchup. Meine Allergie. Nein, die Ladies dürfen mich so nicht sehen. Oh ja. Wird Zeit für ein paar intergalaktische Grooves. Äh, 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 äh. Was zur... Achtung, kann bei Rothaarigen zu Haarausfall führen? Was? Ich dachte, ich fähre schlimm aus. Hey, seht mal, wer zum Arschbomben-Wettbewerb gekommen ist. Los geht's, Molly. Lincoln, dann sehen die uns in Unterhose. Oh, ganz vergessen. Schnell weg hier. Das Poolhaus. Schnell. Schnell, schnell, schnell. Ach, blöde Uhren. Was ist mit seinem Gesicht passiert? Nicht zu sehen. Wir wollten gerade gehen. Tolle Party. Da müssen wir leider durch. Denkt dran, Jungs. Schön zusammenhalten. Die schicke Unterhose hat der an. Keine Frisur. Ich schnapp mir noch kurz meine... Oh, vergesst es. Mann, diese Ziegenmich haut einen echt um. Oh, schlapp. Klotz. Wirklich? War das bevor oder nachdem ihr auf diese Poolparty gegangen seid? Was meinst du denn? Was für eine Party? Wir wissen von keiner Party. Ach, kommt schon, Jungs. Rusty sieht aus wie von Wespen zerstochen. Zack, als hätte ihn ein Rasenmäher überfahren. Und ihr habt nur eure Unterhosen an. Ich bin doch nicht von gestern. Du hast recht. Wir waren dort. Und es tut uns auch echt leid. Die Poolparty schien so verlockend. Es gab Sandwiches und eine Wasserrutsche und... Ja, ich weiß, ich weiß. Ich habe auch Nachrichten von der Party bekommen. Ich dachte nur, dass wir uns hier auch amüsieren. Also habe ich nichts gesagt. Wir haben uns auch amüsiert. Wir hätten bleiben sollen. Tut uns leid. Wir haben es verborgt. Und falls es dich irgendwie tröstet, wir haben auf dieser Party ganz schön abgelust. Tja, ich weiß. Ich habe das hier gekriegt. Müssen wir nicht noch mal sehen. Und sind wir noch Freunde? Ich würde mal sagen, so leicht werdet ihr mich nicht los, Jungs. Los, kommt mit. Die Party ist noch nicht vorbei. Jetzt wird erst mal richtig gefrühstückt. Ja, wuhu. Unseren Glückwunsch an Liam Honeycutt. Seine Kuh Daisy hat heute einen Jungen bekommen. Die stolze Mama sagt ihr dazu. Muuu. Und jetzt zu Clyde McBrides Clydes Kulturkiste. Danke, Lincoln. Girl Jordan will heute den Rekord für die meisten Ausleihen brechen. Sie ist bei 47. Und es heißt, keins davon hat Bilder. Oh, wie ich höre, wurde der Schüler, der gestern in der Schuldisco eine Stinkbombe geworfen haben soll, ins Büro der Rektoren bestellt. Ich gebe ab an Stella Sau. Ganz recht, Lincoln. Der Schüler wird genau in diesem Moment befragt. Und ich werde versuchen, ihm ein Statement zu entlocken. Oh. Oh. Rusty? Ich bin unschuldig, ich schwör's. Hat sie auch gesagt, wieso du verdächtigt wirst? Sie wollte nicht sagen, wer, aber... Angeblich hat jemand gesehen, wie ich die Stinkbombe geworfen habe. Und jetzt bin ich für eine Woche suspendiert. Waaah! Es ist so schrecklich, wenn ich eins meiner Spätzchen aus der Schule eskortieren muss. Danke, dass du die Disco ruiniert hast. Echt toll, du Clown. Disco-Zerstörer! Das ist ein Justizskandal. Wir müssen Rusty helfen. Das schreit ja nach einer Act-News-Team-Untersuchung. Ich hab das Leihformular gefunden. Hm. Drei Schüler haben sich weiße Anzüge geliehen. Chad, Dirk und Jordan. Ich kann sie nicht geworfen haben. Meine Nase ist super empfindlich. Wenn was stinkt, muss ich reiern. Klingt mir äußerst verdächtig. Hm. Ich hab eine Idee. Junge, meine Zehen jucken echt ganz schön. Ich sag dir, die Zwiebelfelder mit den Füßen umflügen macht sie echt richtig stinkig. Oh, du liebe Zeit. Was mach ich nur mit dem Thunfisch, der so lange in der Sonne stand? Das mit der empfindlichen Nase stimmte wohl. Der fällt schon mal weg. Und weiter geht's. Ich war auf der Toilette, als die Stinkbombe losging. Mr. Bolhoffner hatte uns gezeigt, wie man gegen einen Luchs kämpft. Er hat meinen Anzug zerfetzt. Psst, unglaubwürdige Geschichte. An alle Schüler. Heute findet unser großer Lesewettbewerb statt. Oh, und hier läuft ein Luchs frei rum. Na los, Bolhoffner, schnappen Sie ihn sich. Hey, wisst ihr, was das heißt? Ja, dass er die Kaution für den Anzug vergessen kann. Nein, das heißt, zwei Verdächtige sind raus. Wir wissen jetzt, wer der Täter ist. Gesteh, Jordan, du Schlange. Du hast dir einen weißen Anzug geliehen, um die Stinkbombe zu werfen und das Rusty anzuhängen. Ähm, was redet ihr denn da nur? Ich hab mir keinen Anzug geliehen. Andrew und ich sind in Katzenkostüm gegangen. Dann hat Rustys Dad falschen Namen notiert. Vielleicht ein anderer Name mit J. James, Jason, Jackson. Oder vielleicht war es gar kein Name mit J. Das heißt, es könnte sonst wer gewesen sein. Ich sag's nicht gern. Wir haben versagt. Tut mir leid, dass wir dir nicht helfen konnten, Rusty. Aber danke für den Versuch. Dann bleibe ich für den Rest der Mittelstufe eben einfach so. Oh, hoffentlich gewöhne ich mich an die Absätze. Drei, zwei, eins. Unsere Top-Story heute. Wie es aussieht, ist Liams Kuhjunge tatsächlich ein Mädchen. Nach dem Fehler gefragt, sagte Liams Mima bloß. Entschuldigt, Leute, ist schwer zu unterscheiden. Hört mal, ich weiß, wer der Täter ist. Rektorin Ramirez, kommen Sie sofort zu den Schränken. News Team, los, mir nach. Was ist denn los? Wir hatten den Luchs gerade eingekreist. Ruhe, bitte. Ich frag grad Vokabeln ab. Hey, was ist denn los? Ich weiß jetzt, wer die Stinkbombe geworfen hat. Gell, Jordan. Natürlich, es gibt ja zwei Jordans. Das ist doch absurd. Ich war es nicht. Ach nein, dann mach mal deinen Schrank auf. Na schön. Ich bin genauso geschockt wie ihr. Wer hat das da reingetan? Das solltet ihr lieber mal untersuchen. Okay, ich war es. Ich hab ihm die Sache angehängt. Tut mir wirklich leid. Ich hab's echt übertrieben. Und mir tut das mit der Torse leid. Sie können mich vom Unterricht suspendieren, Rektorin Ramirez. Müssen Sie sie wirklich suspendieren? Können wir nicht sagen, wir sind quitt? Okay, aber dann musst du mir bitte einen Gefallen tun, Rusty, und weiter unterrichten. Lad Emma zu dem Ball ein. Lad Emma zu dem Ball ein. Entschuldigung? Du willst Emma also zum Ball einladen? Hä? Ihr könnt Gedanken lesen. Nee, ist doch offensichtlich. Was hält dich davon ab? Na, dass sie Nein sagen könnte. Das wird mir das Herz brechen. Und dann die Demütigung. Ich frage nur, wenn ich 100% weiß, dass sie mich mag. Ganz ruhig. Ich werd mal checken, ob sie auf dich steht. Nimm's mir nicht übel, aber du wärst viel zu auffällig dabei. Es gibt sicher einen diskreten Weg, um rauszufinden, ob sie mich mag. Na klar doch. Und wir helfen dir dabei. Tschau. Mach's gut, Loey. Okay, es kann losgehen. Wie ist der Plan, Rusty Man? Hä? Ah, jetzt riech ich nach Latschen, Kieferspeck. Gut, oder? Mein Cousin sagt, wenn ein Mädchen was zu deinem Eau de Toilette sagt, dann heißt das, sie mag dich. Naja, dein Cousin hatte im Ferienlager eine Freundin, also... Wow! Ah! 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 Oh, Clyde, trägst du da etwa Eau de Toilette? Ja, ähm, Herbes Zedernholz mit Speck in der Kopfnote. Cool! Boom! Sie steht voll auf dich, Mann. Sie hat das Eau de Toilette bemerkt. Aber vielleicht kann sie einfach nur gut riechen wie meine Katzen den Thunfisch. Tut mir leid, aber ich brauche mehr Beweise. Das ist so einfach wie Kuchenbacken. Du hältst jetzt den Platz neben dir frei und wenn Emma ihn nimmt, dann steht sie auf dich wie Bienen auf Honig. Halt! Woher weißt du das alles? Weil Clucky und Dotterinchen so zusammengekommen sind. Clucky war von Anfang an in Dotterinchen verknallt. Also hat er ihr im Stall einen Platz neben sich reserviert. Und sie hat ihn genommen. Wenn's bei ihm funktioniert hat. Ah! Sie kommt hier rüber! Schnell, schnell! Mach auf cool! Hey Clyde, ist der Platz frei? Ja! Ja, der ist frei! Setz dich doch! Oh, danke Clyde! Kluck, kluck! Sieht aus, als wäre Emma auch verknallt. Oh! So toll! Hi, das war der einzige freie Platz. Ich brauche mehr Beweise. Deine Oma hat dir gezeigt, wie man Teeblätter liest? Yep, sie ist Meisterin darin. Wir sind nur nach Royal Woods gezogen, weil sie eine Eiche in ihrem Tee gesehen hat. Tasse bitte. Und, was siehst du da? Also ich sehe ein Wurstbrot. Das ist kein Brot. Das ist Kleid. Auf dem Valentinsball. Sieht so aus, als würdest du... ein Koch-Outfit tragen? Merkwürdig. Aber ich besitze eins. Was noch? Du bist glücklich und du tanzt mit jemandem. Einem Mädchen mit braunem Haar. Das ist Emma! Ja! Und, wirst du sie jetzt fragen? Klarer Fall! Und ich mache es genauso wie in einem meiner Lieblingsfilme. Il Ballo Finale. Aber ich brauche eure Hilfe. Dürfen wir uns als Zombies verkleiden? Nein, nicht so ganz. Emma, möchtest du mit mir zu dem Valentinsball gehen? Tut mir echt leid, Kleid. Aber ich sehe uns eher nur als Freunde. Freunde. Ich bin's, Kleid. Oh, ich liebe diesen Schnurrbart. Als wäre eine Raupe auf deinem Gesicht gestorben. Kriegst du das hin? Einfach wird das nicht. Aber ich könnte es schaffen. Au! Der ist hinreißend. Soll ich dir ein Stückchen für unterwegs abschneiden? Nein, danke. Ich gehe jetzt lieber. Ganz wie du meinst. No, Cheryl, was tust du da noch? Kleid? Hm? Kleid? Wer ist, äh, Kleid? Mein Name ist Jack. Ich bin der Bäcker des Küchens. Du bist witzig. Hey, ähm, ich wollte dir noch was sagen. Dann mal los. Wahrscheinlich willst du auch noch mal darauf rumreiten, dass ich einen Korb bekommen habe. Darauf rumreiten? Nein. Ich wollte dir sagen, dass deine Einladung zum Ball echt süß war. War sehr mutig von dir, dass du dich das vor allen getraut hast. Oh, danke. Kleid, du streichst jetzt alle aus der Programmliste. Und ich trage sie fürs Wandern ein. Echt gut gemacht, Kumpel. Kleid, deine Fingerknöchel sind echt haarig. Ähm, Lincoln, das bin nicht ich. Halt! Linsla Cross-Schläger. Hau ab! Schieb deinen Bären hinter mir weg! Was macht ihr Schlafrollen denn hier draußen? Wir, äh, suchen meinen Lacrosse-Schläger. Oh, da drüben liegt er ja. Jetzt können wir auch ruhig schlafen. Hm, hm. Bereit, Kleid? Alles eingepackt. Ah! Oh, hey, Leute. Wusste gar nicht, dass ihr auch mitwandert. Tja, und das, obwohl ich mich gar nicht dafür eingetragen habe. Deto. Hab ich auch nicht. Hey, seht's mal positiv. Jetzt sind wir den ganzen Nachmittag zusammen. Wollen wir dann mal los? Wuhu! Und los geht's! Hilf mir mal einer. Ich schwitze mehr als eine Sau in den Wehen. Ja, meine helle Haut verträgt diese Sonne nicht. Ich haffe wandern. Nicht schon wieder! Wenigstens sind wir zusammen. Nur keine Sorge, da drüben müsste es zurück zu den Hütten gehen. Oh, da geht es doch da lang. Bist du sicher, dass du dich hier auskennst? Genau, hier sieht's doch eigentlich überall gleich aus. Hm, jetzt, wo ihr das sagt, bin ich doch nicht ganz sicher, wo wir uns genau befinden. Okay, ziehen wir Strohhalme, wer als erstes gegessen hat. Hey, hier wird niemand gegessen. Zusammen finden wir den Weg ins Camp bestimmt. Das Gute ist, dieses Abenteuer wird uns für alle Zeiten zusammenschweißen. Los, machen wir ein Foto. Verstehe, der falsche Zeitpunkt. Liam, du bist für die Wasserversorgung zuständig. Nenn mich einfach den Saftschwender. Stella, du hältst nach Orientierungspunkten Ausschau. Alles, was uns zurückführen kann. Clyde, könntest du wohl... Wir finden schon was für dich. Zack, du übernimmst die Nahrungsversorgung. Halt! Willst du mir erzählen, dass Clyde in diesem riesigen Rucksack nichts zu essen hat? Nur Insekten-Spray und Sonnencreme und Lippenbalsam. Ah, mit Erdbeergeschmack? Rusty, du überlegst dir, wie wir ein SOS-Signal senden können. Initiere Fahrtennen-Protokoll. Ist das nicht aufregend, Clyde? Daran werden wir noch ewig denken. Hör zu, kein Wort zu den anderen, aber wir haben uns gar nicht verlaufen. Haben wir nicht? Nein, aber wenn wir zusammenarbeiten, bringt uns das noch mehr zusammen. Ich hab doch ne Karte. Oh! Halb so wild. Ich hol sie schnell runter. Äh, okay, jetzt haben wir uns tatsächlich verlaufen. Was soll das heißen, tatsächlich? Naja, vielleicht hab ich nur so getan, als ob, weil ich uns vielleicht wieder zusammenbringen wollte. Aber jetzt haben wir uns wohl wirklich verlaufen. Was? So war das wirklich nicht vorgesehen. Sag's ihnen, Clyde. Clyde? Du wusstest davon? Nicht, dass er uns in die Irre führt. Ich hab euch nur mit von der Programmliste gestrichen. Ihr habt uns von der Programmliste gestrichen? Oh, das war voll uncool, Lincoln. Ich kann das erklären. Du hast genug getan. Ich mach jetzt die Biege. Wer zurück zu den Hütten will, mir nach. Meine lieblichen Lockenwagen hier lachen. Meine Ma sagt immer, ist der Weg auch noch so schräg? Der Polarstern zeigt den Weg. Hey, es ist helllichter Tag, Kumpel. Meine Ma lügt nie. Halt, wartet! Ich werde auch da lang gehen. Da sind weniger Pollen. Wir sollten zusammenbleiben. Stella, komm zurück, Rusty. Oh, die Karte. So ein Mist. Hilfe, Hilfe! Lincoln! Hoffentlich empfängt jemand mein Notsignal. Diese Unterhose erkenne ich überall. Clyde! Leute, er ist hier drüben. Halt durch, Kumpel. Wir holen dich raus. Initiiert Kettenformation. Ich hab ihn! Zieht mich hoch! Jetzt! Alles klar, Kumpel? Auf jeden Fall, jetzt, wo ihr hier seid. Ich wollte euch echt nichts Böses. Lynn sagte, dass man in der Mittelstufe all seine Freunde verliert. Und ich wollte nicht, dass das mit uns passiert. Niemals! Aber ihr habt alle euer eigenes Ding gemacht. Wir wollten mal was Neues machen. Freunde sind wir trotzdem noch. Und wie! Wir werden immer eng sein wie eine Gänseschar. Danke, Leute. Und jetzt kommt her. Bin da, bin da! Entschuldigt die Verspätung. Clyde, alles okay? Du siehst so verschwitzt aus. Ja, und wo sind die Montagsmuffins, die du immer backst? Hab keine gebacken. Gestern Abend ist was Schreckliches passiert. Ich trank gerade Tee und hab Operation Nachtisch geschaut. Komm schon, Samir. Dein Nachtisch gewinnt garantiert. Unser heutiger Gewinner ist ein richtig guter Kerl. Er reinigt Strände und nimmt Katzen in Pflege. Also, Applaus für unser Lieblingsquirler Samir. Ja, 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 ja. Ein Momentchen. Ich höre gerade, ein Teilnehmer wurde wegen Verwendung eines nicht erlaubten Quirls disqualifiziert. Samir, bitte pack deine Maffienformen ein und geh. Was? Du bist sauer, weil dein Liebling gemogelt hat? Samir hat nicht gemogelt. Das würde er nie tun. Such dir doch einen anderen Lieblingsteilnehmer aus. Was ist mit Manit? Manit's Windbeutel. Den Schrocken. Hey, ich glaub, wir haben gewonnen. Du hast uns gerettet. Wow, das war wohl meine Operation Nachtischwut. Ich geh mich jetzt mit einem Tässchen Kräutertee entspannen. Wow, er hat das Team vernichtet. Ja, wenn Kleid so wütend bleibt, überleben wir die nächsten Spiele ganz locker. Tja, ich lass deine Ernte ja nur ungern vertrocknen, aber Kleid wird bestimmt nicht die ganze Woche wütend bleiben. Eigentlich scheint er jetzt schon drüber weg zu sein. Ich glaube, ich weiß, wie wir Kleid wieder wütend machen können. Dienstag. Na schön, Teams. Aufstellen. Hoffentlich klappt das, Mann. Ich will keine blauen Flecken. Du weißt ja, blau ist nicht meine Farbe. Vertrau mir. Hey, Kleid, ich will keinen Strafpunkt riskieren. Deshalb die Frage, sieht der Ball für dich aus, als wäre er nicht erlaubt? Nicht erlaubt? Samir, bitte pack deine Muffinformen ein und greif, greif, greif. Dann mal los, ihr Loser. Das tat wirklich richtig gut. Jetzt ein Kräutertee. Mittwoch. Meint ihr, ich werde mit diesem Aufzug disqualifiziert? Und das war's. Donnerstag. Sieh mal, ich hab eine Quiche gebacken. Das Rezept ist von Samirs Blog. Freitag. Kannst du mich da mal kratzen, Kleid? Ich selbst komm da nicht ran. Montag. Okay, das Spiel beginnt in 15 Minuten. Also müssen wir Kleid richtig anpiksen. Er hasst es, wenn überall Müll rumliegt. Oder mit seinen Worten, das ist, als würde man Mutter Erde ins Gesicht spucken. Schlimmer geht's nicht. Gut gemacht, Leute. Oh, da, er kommt. Na ihr, wieso treffen wir uns hier? Was für ein Monster macht denn sowas? Das haben wir uns gerade auch schon gefragt. Das macht mich echt sauer. Gut, ich mein, äh, total verständliche Reaktion, Kumpel. Wir kümmern uns später darum, Kleid. Jetzt wird erstmal gespielt. Komm mit. Kleid, da geht's lang. Wo willst du denn hin? Rektorin Ramirez Büro. Sie ist dafür zuständig. Und ich werde ihr ein paar Takte erzählen. Sie lässt zu, dass Mutter Erde ins Gesicht gespuckt wird. Leute, wenn er auf Rektorin Ramirez losgeht, kriegt er richtig Ärger. Wir müssen ihm die Wahrheit sagen. Kleid, warte. Lincoln hat dir was zu sagen. Bitte brüll die Rektorin nicht an. Das mit dem Müll waren wir. Was? Wieso macht ihr sowas? Um zu überleben. Wir brauchen deine Wut beim Völkerball, Kleid. Du bist nämlich ein Superspieler, wenn du sauer bist. Wir wollten dich nur wütend machen, um das Spiel gegen die Achtklässler zu überstehen. Tut uns wirklich leid. Ich höre eine Abreibung, aber ich spüre keine Abreibung. Müll in den Eimer! Das war's! Dann fahrt ihr Dummköpfe jetzt wohl mit mir. Ich hol schnell die Schlüssel und eine Brechstange. Platz für viele Leiber. Eine Brechstange? Wir landen in Knochenhoffners Topf. Ganz ruhig, Leute. Paul Hoffner ist mein Klassenlehrer. Ich wüsste, wenn er ein Sträfling wäre oder Kannibale oder Gangster. Glaubt mir, wir haben gar nichts zu befürchten. Ja, na ja, sag's. Mr. Paul Hoffner, wissen Sie wirklich, wo Sie hinfahren? Natürlich. Ich fahr ja immer hier raus, wenn ich was loswerden will von meinem Komposthaufen. Könnten wir mal kurz halten? Oh, du tust, als wäre dir schlecht. Klasse Idee. Knochenhoffner hält an, dann rennen wir. Wow, Clyde gibt echt alles. Aber wir können nicht fliehen. Knochenhoffner hat uns voll im Blick. Leute, mein Cousin Derek ist Polizist. Er sagt, es läuft immer so ab. Wehrloses Opfer plus einsame Straße ergibt... Leute, bleibt cool. Derek ist gar kein richtiger Polizist, sondern Wachdienst-Aushilfe im Outlet-Center. Mit Dienstmarke. Und ja, es gibt Merkwürdigkeiten, dass Paul Hoffner den falschen Bus bestellt, die schräge Abkürzung und die nächtliche Kleintierjagd-Geschichte. Aber das bedeutet alles nichts. Nicht alle haben deinen unendlichen Optimismus, Lincoln. Da kam eine Nachricht von Mrs. Solta. Deren Bus steckt mittertief in Flippisirup fest. Der Ausflug ist abgesagt. Ich bring euch jetzt wieder zurück zur Schule. Seht ihr, ich sagte doch, es passiert nichts. Ja, nein, nein. Ausgerechnet jetzt kein Reserverad dabei. Und das hier draußen, wo uns niemand finden wird. Gerade jetzt, wo es schon dunkel wird. Okay, ist der Plan klar? Hallo, Mr. Bolhoffner, tolles Feuer. Wissen Sie, ich habe da ein neues Hobby. Keller. Mann, wie ich diese altmodischen Keller liebe. Seltsam. Ja, schon. In Royal Woods ist nicht viel los. Und? Dürfte ich vielleicht diesen Keller sehen? Tu dir keinen Schwanger an. Wie wär's mit einer privaten Führung? Ach. Oh, abgebrochen. Wir müssen die Tür aufbrechen. Schnell, Knochenhoffner kommt. Los, Leute, rennt immer ihr Leben. Ja. Oh, jetzt sind wir geliefert. Ich, Lincoln Oliver, laut, überlasse meinen Schwestern die Ace-Helvey-Comics. Und du darfst sie nicht irgendwo versterben, Lola. Was habt ihr euch bloß dabei gedacht, mich in den Keller zu sperren und in den Wald zu laufen? Das war brandgefährlich. Na ja, das ist, weil wir dachten... Weil wir dachten, sie machen aus uns Menschen Dörfleisch. Ach, das hätte ich wissen sollen. Das ist nur wegen der dummen Lügen, die die Leute über mich erzählen. Kommt mit, wir gehen lieber rein. Sobald sich der Sturm legt, bringe ich euch nach Hause. Eigentlich müsste da noch ein Reserverad im Schuppen sein. Ich warte dann da draußen, also keine Angst vor Knochenhoffner. Ach, verrückt. Ich kann zwar mit einem wilden Bären kämpfen, aber diese bösen Gerüchte gehen mir echt nahe. Ich hab echt ein schlechtes Gewissen. Ich auch. Mr. Bolhoffner ist eigentlich total cool. Ich wette, wenn alle in der Schule wüssten, wie er wirklich ist, wäre Schluss mit den Gerüchten. Allerdings, ich wünschte, wir könnten das wieder gerade biegen. Rusty, das ist die Idee! Gut, dann tanze ich wieder mit ihm. Mich doch. Da, Mr. Bolhoffner ist kein Sträfling oder Gangster oder Kannibale. Wer ihn näher kennt, weiß, dass er echt cool ist. Vollmutig und loyal. Oh, wie aufs Stichwort. Da ist er ja, der Bärenringer. Mr. Kulhoffner! Ja! Na, alle ab in den Unterricht oder nachsitzen! Hey! Danke. Kulhoffner! Ähm, was ist denn mit euch beiden los? Wir wollen den Preis für die besten Kumpel gewinnen. Also fahren wir den Freundschaftspegel hoch. Aber den wollen Kleid und ich gewinnen. Könnt ihr nicht was anderes nehmen? Oh, ecklichste Esser vielleicht? Wir haben ein Vermächtnis zu verteidigen. Unsere Dads haben früher auch den besten Kumpelpreis gewonnen. Na schön, wenn ihr euren Freundschaftspegel hochfahrt, machen Kleid und ich das auch. Kommt schon, Leute. Wir sind doch alle beste Kumpel. Ah! Mögen die wahren besten Kumpel gewinnen! Habt ihr schon gewählt? Guten Morgen zusammen! Wir sind Klingel MacLeod, beste Freunde und Stolz drauf! Sagt die Spurlins bester Kumpel Händeschüttler in 3, 2, 1... Wow, meine Stimme für den Preis ist euch sicher. Ich will euch auf jeden Fall zu den besten Kumpeln. Leute, schaut! Klingel MacLeod hat auch so einen Händeschüttler. Wow! Du hast meine schroffe Schönheit gut getroffen, bester Kumpel. Hey, ich male nur, was ich sehe. Oh! Hey, seht mal, was Klingel und Kleid gemacht haben. Wir schalten live in die Cafeteria zu den Aufräumarbeiten nach der Eintopf-Explosion. Eine Diashow mit den besten Freundschaftsmomenten von Klingel MacLeod? Wie kommt die denn hierher? Hä? Anfänger, Video kommt immer besser als Diashow. Mhm. Hey, Leute, seht euch das an! Wow, das ist die Spurlins beste Kumpel von Ryle Woods! Leute, seht doch mal zum Himmel! Klingel MacLeod, beste Kumpel auf der Welt! Jetzt will ich wohl doch anpassen! Ich bin voll für Klingel MacLeod. Anfänger, Himmelsschrift kommt immer besser als Werbetafel. Hallo zusammen, wir bitten um Aufmerksamkeit! Ich hoffe, ihr habt noch Platz für Nachtisch, denn mein bester Freund Kleid und ich haben was ganz Besonderes für euch. Er mag Äpfel, so wie ich. Dritten sind sein Leibgericht. Beste Freunde sind wir und das hält sicher ewig. Er ist stärker als mein Schei. Hab ein Sandwich für ihn dabei. Gehen zusammen durch Steak und Dünn. Ja, das sind wir zwei. Ja, wenn du kochst, dann ist das lecker, denn du bist ein feiner Schmecker. Keine Kunst bei dir, denn du isst ja fast alles. Ist es auch noch halb froh? Freunde für die Ewigkeit. Die allerbesten Kumpel weit und breit. Beste Freunde alle Zeit. Oh ja, das sind wir. Auf die Plätze. Fertig. Es gibt nichts Schöneres für mich, als mit meinem besten Freund zu kochen. Es gibt nichts Schöneres für mich, als mit meinem besten Freund zu kochen. Ihr klingt echt voll lächerlich. Ihr seid nur sauer, weil ihr wisst, dass wir gewinnen. Ja, ihr tut doch einfach nur so, als ob. Von wegen beste Freunde. Gut, auf die harte Tour also. Tja, ich hoffe, ihr mögt eure Eier gerührt. Nicht die Dekoration, wisst ihr. Leute, halt! Das geht jetzt wirklich zu weit. Seht euch doch nur an. Ihr führt euch auf wie die reinsten Hornochsen und ich und Stella haben jetzt genug. Wir wollen keine Freunde, die sich so benehmen. Also, wir sind raus. Komm, Liam. Hey, wartet. Ihr habt recht. So sollten Freunde sich nicht behandeln. Tut uns echt leid, Leute. Uns tut's auch leid. Könnt ihr weg verzeihen? Ich mein, könnt ihr uns beiden verzeihen? Natürlich. Und könnt ihr zwei uns auch verzeihen? Ja, kommt schon her, Leute. Eine Spaghetti-Pizza für meine Lieblingskunden. Die mache ich nur für meine besten Stammkunden. Apropos Stella. Hier ist dein Hoodie gewaschen und im Pizzaofen getrocknet. Uh, Pizzageruch. Hey, da war Salami im Ärmel. Liam, und hier kommen die Spezialkissen für dich. Ach, es geht doch nichts über Heu unter dem Allerwertesten. Und Rustman. Hab von deinem spitzen Zeugnis gehört. Wie versprochen, hier ein Gamechip für jeder eins. Ja, danke, Werkunterricht. Bei Ihnen können wir uns wie zu Hause fühlen, Gast. Das freut mich sehr. Und guten Appetit. Oh, ist das nicht deine Schwester, Lincoln? Hey, Lincoln. Ist ja so voll hier drin. Können wir uns zu euch setzen? Ist schon ziemlich... Oh, ist das Spaghetti-Pizza? Ja, ich bin am Verhungern. Kriege ich ein Stück? Oh, tja, von mir aus. Und was treibt euch hierher? Ja, hängt ihr sonst nicht immer in der Mall ab? Eigentlich schon. Aber Dimjam ist dicht. Ja, aber die Games-Ecke ist offen. Los, lasst uns eine Runde spielen. Ja! Ja! Erst unsere Pizza essen und dann auch noch unsere Games spielen. Die fallen über den Laden her wie Mücken über einen Lolli. Halb so wild ist doch nur für einen Nachmittag. Wir machen was anderes. Ja! Ja! Darf ich auch mal? Ich krieg so selten einser. Tut mir leid, das dauert noch mit Miguel. Er hat gerade einen guten Lach. Nur noch 10.000 Marken und er hat genug zusammen, um das Rip-Hardcore-Waffeleisen zu gewinnen. Wow! Ich sammle meine Marken seit Jahren, um das zu gewinnen. Tut mir echt leid. Vielleicht muntert dich das hier auf. Hey, Gas! Kleid hat Lust auf Knoblauchbrot. Ach, tut mir leid, Lincoln. Die letzten sind gerade raus. Oh, ähm Güte! Das war voll witzig. Der Laden ist toll. Hätte ich nicht gedacht. Wir schon. Aber schön, dass ihr hier wart. Viel Spaß bei Dimjam morgen. Uh, da haben wir uns vorhin nicht klar ausgedrückt. Wir meinten Dimjam es zu. Für immer. Wir sehen uns dann morgen. Und Leute, glaubt ja nicht, dass ihr den Rest der Rip-Hardcore-Küchengeräte-Linie in die Hände kriegt. Wir dürfen nicht zulassen, dass unser Laden von irgendwelchen Teenies übernommen wird. Wir müssen Gas zurückerobern. Unser geliebtes zweites Zuhause. Unsere Waffeleisen mögen sie uns wegnehmen, aber nicht unsere Freiheit! Nimmst du mal den Fuß von meinem Sandwich? Ups. Entschuldige. Äh, Lincoln, tolle Rede. Aber wie werden wir Lenny und ihre Freunde denn nun los? Glaubt ihr denn, ich trete auf Rustys Essen, wenn ich keinen Plan hätte? Das sollte reichen. Jetzt sehen die Games abgesperrt aus. Oh, M-Güte! Ein Gaming-Center für VIPs! Schätzt ihr, nichts geht über VIP. Zeit für Plan B. Kleid, du bist dran. Die werden mich erkennen. Dafür ist ja die Verkleidung. Jetzt habe ich Angst und kann nichts sehen. Schnapp sie dir, Kumpel! Gibt es heute besondere Pizzen? Äh, nein. Um genau zu sein, haben wir gar keine Pizza oder Pasta oder Essen. Dabei habe ich euch schon so eine Pizza gehalten. Hey, Gang, der Royal Woods Männerchor hat diesen Gastbuster bestellt, musste aber zu einem Notfallkonzert. Wollt ihr ihn? Ja! Zeit für Plan C. Das berühmte Eisbar. Welches Eis nehmen wir? Würfel, geschabt, gehobelt, still, perlend, Kalorienarm? Oh nein. Kügelchen! Lenny hasst das. Es sei, als würde man Babysteine lutschen. Liam, kriegst du die von hier in ihren Becher rein? Darauf kannst du einen lassen. Babysteine! Ma'am, was ist los? Dieses grässliche Eis. Ich spüre es immer noch in meinem Mund. Voll stressig! Dann wird Gas jetzt für Entspannung sorgen. Mach's dir bequem. Es geht schon los. Ah, jetzt reicht's! Lenny, ihr könnt hier nicht länger bleiben. Ja, raus hier. Sonst kommt gleich noch mehr Eis geflogen. Die Babysteine kamen von euch nicht cool, Lincoln. Ja, wenn ihr uns so fies kommt, gehen wir auf gar keinen Fall. Es gibt nur einen Weg, das zu klären. Wir starten einen Wettbewerb, wer von uns bei Gas abhängen darf. Die Verlierer kriegen für immer Hausverbot. Dann mal los! Völkerball schon vorbei? Lincoln, hör zu! Bei der Talentshow werden wir singen und richtig abgrooven. Aber eher auf coole Weise. Um ehrlich zu sein, habe ich eine Solo-Nummer geplant. Achtung, Royal Woods-Mittelstufe, denn hier kommt Lincoln, der Großartige! Hä? Oh! Ein Zauberhut? Uncooler geht's ja wohl nicht. Schildformation! Umgreif dich! Knapp auf den Hut! Hey, was macht ihr da? Dein Leben retten, Kumpel. Du kannst unmöglich vor der Schule zaubern. Was ist denn verkehrt am Zaubern? Tut mir leid, aber Zylinder und Kartentricks? Ist das nicht etwas kindisch? Unreif, würde ich sagen. Voll fünfte Klasse. Wir wollen dich doch nur schützen. Dein Mittelstufenruf steht auf dem Spiel. Ähm, was kann besser für mein Ruf sein, als das? Cool, was? Ach, nicht das Gewicht! Tut mir leid, ich muss los. Das ist meine einzige Taube. Jungs, als Lincolns Freunde, dürfen wir ihn auf keinen Fall zaubern lassen. Er ist wie ein Ferkel in Steißlage. Wir müssen ihn einfach umdrehen. Ich glaube, ich kann das nicht. Das klingt so hinterhältig. Sowas schlägt mir immer auf den Magen. Ladies und Gentlemen, ich, Lincoln, der Großartige, lasse diese Taube verschwinden. Tada! Dann lebe ich eben mit dem Bauchkneifen. Juchu! Hast du einen Wunsch? Ich jodle dir jedes Lied. Äh, muss nicht sein. Cooles Haar. Oh, danke schön. Ich heiß Jodelboy. Freut mich ausgesprochen. Lincoln laut. Jodelboy? Sehr originell. Na ja, das war nicht immer mein Name. Früher hatte ich einen normalen Namen. Johann Johannananan. Das war vor der Talentshow der Mittelstufe. Meine Freunde hatten mich gewarnt. Jodeln sei uncool. Und es gäbe einen Grund, wieso man es nur allein auf Berggipfeln tut. Jodeln sei uncool. Jodeln sei uncool. Jodeln sei uncool. Jodeln sei uncool. War das ein Jodeln? Peinlich. Eben war man noch ein ganz normaler Sechsklässler. Und dann plötzlich ein... Jodelboy, 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 Jodelboy. Jodelboy, 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 J Nein, das sind meine Lederhosen. Die trage ich ab und zu. Darin habe ich dich noch nie gesehen. Was ist hier eigentlich los? Oh, ich ertrag's nicht länger. Wir haben einen musikalischen Schweizer Ziegenhütten mit trauriger Vergangenheit erfunden, um dich vom Zaubern abzuhalten, damit du deinen Ruf nicht ruinierst. Was? Wieso? Na, weil wir deine Freunde sind. Ja, Mann. Wir konnten doch nicht zulassen, dass du dich da draußen vor der Schule blamierst. Wow. Die Mittelstufe verändert die Menschen. Selbst die, die man für gute Freunde hält. Wenn ihr mich alle so peinlich findet, dann sollte ich wohl gehen. Hi, Leute. Wir hatten einen Tanz vorbereitet, aber wir werden ihn nicht vorführen. Wegen uns konnte unser Freund seine Zaubernummer nicht präsentieren. Diese Zaubershow war dem Jungen sehr wichtig. Also, Lincoln, wenn du hier bist, es tut uns echt leid. Leute, ich glaube, er kommt nicht zurück. Okay, tut uns leid. Das war's wohl mit der Talentshow. Oh, nein! Also, wer hat Lust auf Zaubertricks? Ladies und Gentlemen, mein Name ist Lincoln, der Großartige. Und die hier in den Glitzerhosen sind meine Freiwilligen. Ihre Methoden mögen fragwürdig sein, aber sie passen immer auf mich auf. Köchin, los geht's! Was? Ta-da! Riecht ihr das? Das Rattenmonster ist da unten mit meiner Spieluhr. Gehen wir es an. Ganz ehrlich, ich esse nie wieder Maischips. Leute, mir fällt gerade ein, ich habe heute Klavierunterricht. Das ist doch Quatsch, der ist Donnerstag. Vielleicht ist er ja verschoben worden. Da! Das Monster! Los, hinterher! Du liebes Bisschen, was macht ihr Kinder denn nur hier unten? Wir suchen das Rattenmonster. Das was? Riesenratte Fangzähne? Es sucht die Schule heim und riecht nach Maischips. Es hat meine Spieluhr. Wir haben sie von hier unten gehört. Eine Riesenratte? In meiner Schule? Aber nicht mit Norm. Ihr geht jetzt nach oben, wo es sicher ist und überlasst das Monster mir. Das ist ja mal ein nettes Angebot. Wir nehmen es gern an. Tut mir leid, aber ich gehe nicht ohne meine Spieluhr. Na schön. Dann teilen wir uns auf. Ihr nehmt den Ostflügel, ich den Westflügel. Sollte nicht einer mit Norm gehen? Falls das Monster ihm auflauert. Norm kennt diesen Keller besser als jeder andere. Das Monster kann ihn nicht austricksen. Lass mich in Ruhe, du Bestie! Wir kommen noch! Nimm das und das! Norm, alles okay? Bleibt weg! Das Vieh ist Vieh! Wir müssen ihm helfen. Ich gehe da nicht rein. Tja, einer muss hier ja wohl der Held sein. Das ist ein Job für Rusty Spooks! Hey, Norm, bin ich allein das? Ich hab das Monster erledigt. Geht lieber nicht da rein. Der Anblick ist ziemlich grausig. Wow! Äh, danke, Norm. Haben Sie Stellas Spieluhr? Hm, nein. Tut mir leid. Aber keine Sorge, wenn sie hier unten ist, dann find ich sie. Und bis dahin bringe ich euch Kinder mal wieder hoch. Was war das? Das Rattenmonster! Ich dachte, Norm hätte es erwischt. Gib mir meine Spieluhr zurück, du Monster! Ja! Halt! Ich kann euch alles erklären. Dieses Kerlchen ist euer Rattenmonster. Mit wem haben Sie dann vorhin gekämpft? Mit niemandem. Ich hab nur so getan, als ob, damit ihr Kinder Ruhe gebt. Ich wollte nicht, dass ihr von Zimtsternchen hier erfahrt. Wir kennen uns schon seit Ewigkeiten. Er hat früh am Schullabor gewohnt und mir bei der Spätschicht immer gute Gesellschaft geleistet. Doch eines schrecklichen Abends. Wir hatten so viel Spaß. Da vergaß ich den Schrank mit den Chemikalien abzuschließen. Und am nächsten Tag... Keine Ahnung, was mit ihm passiert ist. Aber er sah plötzlich so aus. Wie ein missgebildetes Monster. Äh, nicht in meinen Augen natürlich. Aber ich hatte Angst, dass die Wissenschaftler ihn zu Versuchszwecken missbrauchen würden. Deshalb versteckte ich ihn hier unten im Keller und versorgte ihn mit dem, was er am liebsten mag. Meist Chips. Und es ist mir gelungen, ihn zehn Jahre lang zu verstecken. Naja, wohl doch nicht so ganz... Er hat in der Schule eine Menge Kinder beklaut. Er hat meine Spieluhr aus dem Rucksack gestohlen. Zimtsternchen, hast du das wirklich getan? Meine Spieluhr! Also, das ist doch wohl einfach nicht zu fassen. Du wirst schön alles zurückgeben, was du da genommen hast. Und dich schriftlich entschuldigen. Ach, das Ganze tut mir wirklich sehr leid. Ich wollte doch nur meinem Freund helfen. Verstehe ich. Genau wie die Jungs mir geholfen haben. Also, könntet ihr das vielleicht für euch behalten? Wow, dass ich die nochmal wiedersehe? Musstet ihr mit dem Rattenmonster kämpfen? Nein, wir haben die Schule abgesucht. Und das war sicher nur ein Streich. Aber wir haben eine Menge vermisster Sachen gefunden. Sag Molly bitte, wir haben ihren kanadischen Glückspenny. Uh, da wird sie sich freuen. Ich sag's ihr. Danke nochmal. Gern geschehen. Und zurück zum Pausenbrottausch. Uh, Maischips. Tauchst du gegen mein Wurstbrot? Tut mir leid. Die sind schon reserviert. Für dich, Kleiner. Das sieht köstlich aus. Ich hab auch noch Pain au Chocolat, Pain Suisse und Croissant. Hört sich gut an. Was ist der Anlasskleid? Ja, willst du uns was aufs Brot schmieren? Okay, also gut. Der Grund für diese Freundschaftsbrunch-Zelebration ist folgender. Ich hab große Neuigkeiten. Es begann alles gestern Abend. Clyde, gehst du mal ran? Aber pass auf, das Telefon ist älter als unsere Kristallgläser aus den 30ern. Hallo? Clyde, hier ist Nana Gale. Oh, stell dir vor, meine beste Freundin Sertifon ist ganz überraschend in die Stadt gekommen. Sie ist zufälligerweise Rektorin einer der besten Kochakademien auf der ganzen Welt. Ja, die kenne ich. Die nehmen so gut wie keinen auf. Selbst die Queen haben sie abgelehnt. Naja, ihr Kuchen soll auch sehr trocken sein. Clyde, du kommst jetzt sofort hierher und bring auch dein Gebäck mit, klar? Wenn Fleur es probiert, kriegst du ganz sicher einen Platz an der Akademie. Und, wie ging's weiter? Sie war begeistert von meinem Gebäck. Die Rektorin hat gesagt, ich müsste nur noch einen Test heute Abend bestehen. Ich muss ihr ein ganzes Menü kochen. Und wenn's gut läuft, werde ich aufgenommen. Ja, klar, super. Clyde, was ist los? Es gibt nur einen Nachteil. Die Schule ist in Paris. Nein! Oh, nein, nicht schon wieder. Clyde verlässt uns. Genau wie Lincoln, als er nach Kanada ging. Jetzt mal ganz ruhig. Ich weiß ja noch gar nicht genau, ob ich gehe. Vielleicht falle ich ja auch durch. Dein Essen ist göttlich. Klar bestehst du. Ich würde euch voll vermissen. Aber das ist echt eine riesige Chance. Wo sonst kann ich Saul Meunier kochen oder Concombre de la Monde und Escargot? Warte, Clyde. Du kannst doch aber auch hier in Royal Woods lernen, das alles zu kochen. Ich wüsste einen guten Lehrer. Dann könntest du hier bleiben. Oh, versuch doch, Clyde. Bitte. Ja, wir sind deine Crew. Tisch 10 in der Mensa. Das Action News Team. Wir müssen zusammenhalten. Aber wer soll mich unterrichten? Das überlass nur mir. Bonjour, Clyde. Bereit für ein französisches Essen? Ach, ich freue mich schon so drauf. Wow, danke, Mr. Loud. Sie kennen sich mit der französischen Küche aus? Ich folge einem französischen Kochblog. Das sollte reichen. Jedes Mal, wenn mein Freund Charcuterie-Schelden aufdreht, drehe ich voll durch. Heute machen wir Escargot. Das lernst du in Paris auch nicht besser. Charcuterie-Schelden sagt, man muss sich ganz langsam ranschnecken. Kapiert, weil wir Schnecken kochen. Brüller, Mr. Loud. Als erstes kommt die Butter. Jetzt mal los. Der Laden ist voll. Soll ich später wiederkommen? Nein, nein, das läuft nebenbei. Nächster Schritt, Knoblauch hinzufügen. Warte, der Nachokäse. Oh, viel zu heiß. Halb so weit, einfach Eiswürfel rein. Okay, Sie sind der Lehrer. Pesto nicht vergessen. Die Milch muss auch noch benutzt werden. Was mache ich nur mit den Fischköpfen? Ach, ich habe die Chili-Schoten ganz vergessen. Gut umrühren. Fertig. Bestellung steht bereit. Das wäre erledigter. Und, ist der Knoblauch drin? Oh, ist alles drin, was Sie sagten. Die Crew probiert es gerade schon. Und, was kennen wir noch für Köche in Royal Woods? Köchin Pat, kennen Sie sich mit französischer Küche aus? Ich kenne mich mit allem aus. Ich war mal Chefköchin auf einer Yacht in der französischen Riviera. Hier, eine Nussbuchweizen-Galett. Samtig, nussig. Wieso kochen Sie dann andauernd nur Käsenudeln? Weil ihr die am liebsten mögt. Köchin Pat, Sie müssen gleich alles über französische Küche beibringen, denn sonst zieht er nach Paris. Das ist ja sehr viel verlangt. Aber ich mache es. Unter einer Bedingung. Während der Kochstunden müsst ihr auf meine Nichte Waffel aufpassen. Wenn sie beißen will, gebt ihr Waffeln. Das beruhigt sie etwas. Wie wäre es denn mit diesem Küche-Loran-Rezept? Okay, aber ich muss eine ganze Schule füttern. Also das ganze Rezept mal 500, glaube ich. Mathe war nie meine Stärke. Ich bin eher fürs Künstlerische. Waffi? Ich habe Hunger und die Waffeln sind alle. Hey, gibt es hier irgendwas zu essen? Oh nein, das waren zu viele Eier. Echt geniale Idee, hier abzuhängen, während du arbeitest. Ja, das rückt. Hey, Rusty, nimm es mir bitte nicht übel. Aber müsstest du nicht eigentlich arbeiten? Stella, Stella, ich arbeite doch und ich tanze. Ich kann beides gleichzeitig. Außerdem, wenn ein Kunde mich braucht, dann ruft er mich schon. Hallo? Ich brauche Hilfe. Die Lederhose ist zu eng. Juhu, dreht die Regler auf. Bei den Monden des Jupiters, wie die glitzert, muss ich anprobieren. Ich präsentiere euch meinen neuesten Move, den Pullover-Falter. Ich habe sie, die perfekte Hose. Sie hing auf diesem Ständer da drüben. Aha, hab zu tun, Bro. Passier schon, bevor wir es uns anders überlegen. Einen wunderschönen Tag noch. Hey, du bist ja richtig gut. Danke, Bro. Äh, ich gehe lieber in meinem Büro ran. Wichtiger Geschäftsanruf. Yo, hier ist Rusty. Hey, ich bin's, Dad. Hör zu, kurz vor Ladenschluss kommt übrigens ein Kunde vorbei, um seine Hose abzuholen. Und zwar die enge Weiße vom Änderungsständer. Sie hing auf diesem Ständer da drüben. Jetzt gibt's Ärgerverkäufer, Junge. Ich will keinen Druck machen, aber dieser Kunde hat die Macht, unseren Laden mit einem Social-Media-Post zu ruinieren. Erzähl es nicht weiter, aber es ist Mick Swagger. Nein, nein, nein. Hey, Rusty, was ist denn los? Ich habe Mick Swaggers Hose verkauft. Das könnte den Ruf unseres Geschäfts ruinieren. Ich brauche die Hose wieder. Helft ihr mir dabei? Natürlich. Wir sind deine coole Crew. Er hat einen schlechten Tag, also bleibt cool. Okay, das ist er. Tylers DJ-Service. Yo, 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 hier ist Tyler. Tyler, Nachrichten bitte nach der Hupe. Das ist die Mailbox. Entschuldigt, die Hupe war echt laut. Vielleicht ist Tyler ja bei Scoots. Auf ins Seniorenheim. Wir haben nur eine Stunde, bis Mick kommt. Hilfe! Ich habe ein Bein aus der Hose raus, aber das andere ist eingeschlafen. Wir haben versucht, sie anzurufen, Scoots. Was ist so wichtig, dass sie nicht rangehen? Die Zen-Stunde. Das heißt, Zeit zu entspannen und das Handy einfach mal auszuschalten. Wo ist Tyler? Ich brauche dringend seine Hose. Ganz ruhig, Verkäuferjunge. Der legt bei einem Gig auf. Hat er gesagt, wo? Woher soll ich das wissen? Nur weil wir zusammen ausgehen, höre ich ihm noch lange nicht zu. Aus dem Weg. Ich muss jetzt nämlich zu meinem Tai-Chi-Kurs. Das beruhigt mich. Wir müssen jeden Laden checken, in dem er sein könnte. Nein. Los, Jungs, das könnte es sein. Sorry, Kinder-Crew. Ich habe den Limbo-Song schon gespielt. Nein, ich brauche die Hose zurück. Pech, die Hose ist jetzt ein Teil von mir. Du kriegst sie niemals. Und wenn wir tauschen? Ihre Hose gegen sechs viel coolere. Gut. Was haben sie getan? Sie verbessert. Ich habe schließlich nicht umsonst vier Jahre DJ-Mode studiert. Oh. Ich fasse es nicht, dass du meine Hose eingetauscht hast. Sei später, Sauer. Wir haben noch 15 Minuten Zeit. Wir setzen uns an den Nähtisch, flicken sie und mein Dad wird es niemals erfahren. Hab sie. Hallo, Verkäufer von Royal Woods. Herrje, ist das meine Hose? Was hat das zu bedeuten? Ich, äh, tut mir leid. Dieser Kunde ist ganz und gar nicht zufrieden. Zufriedenheit ist ein Kinderspiel. Man muss nur wissen, was der Kunde braucht und will. Mick, mein Bester. Ich kläre sie jetzt mal auf. Sie wollen doch sicher als King der trendigen Rockermode gelten, oder? Das bin ich zwar schon, aber sprich ruhig weiter. Ein einmaliger Typ wie sie braucht auch eine einmalige Hose. Vor unserer Umgestaltung war ihre Hose voll letztes Album. Also, wollen sie der Mick Swagger von gestern sein oder der Mick Swagger von heute? Also, ich weiß nicht recht, wie ich eh ohne diese Hose leben konnte. Du hast vollkommen recht, Mann. Ich will diese Hose. Ich brauch diese Hose. Ich liebe diese Hose. Ja, stopp. Tatscha. Erster Preis. Glühwunsch, Stella. Ja, Mann. Du warst echt stark. Dein Sandwich ist krass. Erfindermesse, jetzt kommst du. Danke, aber ich werd wohl absagen. Wieso das denn? Weil ich, na ja, Angst vorm Reden halten habe. Es gab da einen Vorfall in meiner letzten Schule. Es war die Woche der Lieblingslehrer und ich sollte vor der ganzen Schule sprechen. Alles lief super, bis ich das M-Wort benutzte. Und unser nächster Preis geht an Mrs. Lemskin. Sie ist mehr als eine tolle Lehrerin. Sie ist meine Mami. Stella hat die Lehrerin Mami genannt. Äh, ich meinte Mentorin. Mrs. Lemskin ist meine Mentorin, nicht meine Mami. Meine Mami ist meine Mami. Ich meine meine Mutter. Seht ihr? Und deshalb hab ich Angst vor vielen Menschen zu sprechen. Ich kann da nicht wieder rauf. Mir fehlt das Selbstvertrauen. Tja, du hast Glück. Denn der Rusty ist der King des Selbstvertrauens. Wir haben's kapiert, aber ich weiß nicht, ob ausgerechnet du, Stella... Ich bin dabei. Was? Rustys überzogenes Selbstvertrauen ist genau das, was ich brauche. Nichts für ungut. Kein Problem. Jetzt bin ich gespannt. Ruhe! Okay, Stella, willkommen zu Rustys Schule des Selbstvertrauens. Hier mein Drei-Schritte-Plan, um an dich selbst zu glauben. Hol deinen Spiegel raus. Schritt 1. Sich selbst loben. Mach ich 50 Mal am Tag. Rusty, deine Sommersprossen sind ein Kunstwerk. Du bist der schönste Mann der Welt. Dein Haar ist eine üppige rote Mähne aus Feuer. Lass es doch mal Stella probieren. Wen? Oh, ja, ja, ja. Stella, du bist dran. Stella, du hast dir heute die Zähne geputzt? Stella, du hast Haare? Schritt 2. Selbstvertrauen betrifft alle Sinne, auch den Geruchssinn. Denn wer gut riecht, fühlt sich auch gut. Das Parfum ist von meinem Dad. Es heißt, glaub an dich selbst. Nein, nicht so viel, das ist starker Stoff. Also danach glaube ich an gar nichts mehr. Der letzte Schritt ist der stolzierende Gang. Seht her. Es liegt in den Hüften und den Lippen. Schmollmund, Kinn hoch, Ellenbogen raus. Die Hüften schwingen und dabei Augenkontakt halten. Wir fangen mit was Leichtem an. Lies einfach diese Witze vor. Die kommen hier immer besonders gut an. Warum geht die Henne über den Scheunenhof? Gut, dass es keine Banane war. Oh, halt, falsche Pointe. Oh, ich hab den Witz geschlachtet. Das kann man wohl sagen. Schlachten ist hier nämlich nicht so beliebt. Hey, was für ein Spaß. Aber wenn ihr Stella wirklich helfen wollt, dann versucht es doch mal mit etwas, das erprobt ist. Meine Hypnose. Da bin ich gespannt. Ich nehm dir ein Tape zum Einschlafen auf. Dann ist deine Angst morgen früh verschwunden. Stella, konzentrier dich auf meine Stimme. Entschuldige Frosch im Hals. Okay, stell dir vor, du stehst auf der Bühne. Und? Hat's geklappt? Bist du geheilt? Also ich wette mein Essen dagegen. Keine Ahnung. Besonders anders fühl ich mich nicht unbedingt. Es gibt nur einen Weg, das zu überprüfen. Alle mal herhören. Stella hat was zu sagen. Steh los. Hallo, Royal Woods Schüler. Ich bin Stella Sau und ich stehe hier auf einem Tisch. Und da seid ihr und seht mich mit euren Augen an. Und es macht mir gar nichts aus. Die Hypnose funktioniert. Ich fühl mich super. Hey Leute, ich vertrete die Schule morgen bei der Erfindermesse. Kommt gern hin. Blum, Stella! Blum, Stella! Blum, Stella! Ja, Stella! Ach, tja, jetzt gehört dein Essen wohl mir, Rusty. Und jetzt Reporterin Stella Sau mit unserer neuen Reihe Was ist in deinem Schrank? Hey Emilia, unsere Action News Zuschauer möchten wissen, was ist in deinem Schrank? Ich habe einen Basketballkorb, eine Disco-Kugel und eine Eismaschine. Mann, dagegen ist mein Schrank voll langweilig. Ich fand, was ist in Wohlhoffners Aktentasche, aber spannender. Hey Leute, seht mal her! Chandler, wir gucken gerade das Action News Team. Das Action News Team? Ich bin Linke Lam. Seht alle her, während ich die blöden Nachrichten vorlese. Und das Beste kommt zum Schluss. Ihr seid auf Sendung. Tut uns leid, eine kleine technische Panne. Hey Kängurus, Klinklnack Cloud melden sich hiermit ab. Einen hoppeligen Tag. Oh, mein Hals. Die Kameras sind echt ein Problem. Mein Hals macht das nicht mehr lange mit. Hey Leute, heute ist euer Glückstag. Ich komme in euer News Team. Oh, du meinst es ernst. Entschuldige, aber das Team ist voll und die erste Stunde mit dir reicht für den Tag. Wir müssten uns was wegen der Kameras überlegen. Hm. Hey Leute, auch wenn ihr mich vorhin nicht wolltet, ich hätte da was für eure Sendung. Was soll ich sagen? Der Chantman ist großzügig. Äh, ja, alles klar. Diesmal ist kein Haufen drin. Wow, das sind Hightech-Kameras. Damit würde die Sendung voll super aussehen. Ja, und ich erstmal. Mein Gesicht ist wie gemacht für HD. Wie kannst du dir die leisten? Ist doch voll egal. Jedenfalls gehören sie euch, wenn ich in euer News Team darf. Äh, entschuldige uns mal kurz. Also, was sollen wir tun? Diese Kameras sind besser als ein selbstfahrender Traktor bei der Maisernte. Aber sind sie es wert, dass wir Chandler bei uns mitmachen lassen? Willkommen beim News Team, Chandler. Juhu, ja, eine kluge Entscheidung. Bis später dann. Seht nur, was da alles drin ist. Und dich können wir jetzt endlich entsorgen. Das war's dann. Wegen dir hab ich nie gut ausgesehen. Hier ist euer Action-News Team mit den Schulnachrichten. Guten Morgen, Kängurus. Hier ist Lincoln laut mit den täglichen Action-News. Und ihr seht richtig, wir senden ab heute in prächtigem High Definition. Dank unserer neuen Kameras. Und hier unser neuer Reporter, Chandler McCann. Was gibt's denn heute, Chandler? Heute gibt es mein persönliches Lieblingsgericht, Hühnchen ins Gesicht. Uh, klingt köstlich. Äh, was ist Hühnchen ins Gesicht? Das ist Hühnchen in euer Gesicht. Hahaha. Das war mies. Oh, das war echt schlimm. Ja, was hat das Hühnchen ihm getan? Leute, wir müssen ihn feuern. Hallo, Action-News Team. Das war mal ne fundierte Reportage, was? Hey, Chandler, wir haben uns mal ausgetauscht und wir glauben nicht, dass du... Was immer du sagen willst, sprich es in diese neun Mikrofone. Wow. Äh, nicht so schnell. Ich will ne größere Rolle in der Show. Irgendwas mit mehr Sendezeit. Wie wär's mit dem Wetter? Äh, wir besprechen das kurz. Natürlich. Tja, also wir wissen alle, dass Chandler schlimm ist. Aber diese Mikrofone sind super. Ja, keine Tonstörungen mehr bei unseren flotten Scherzen. Außerdem, was soll er beim Wetter schon falsch machen? Okay, Chandler, du hast den Job. Ja. Und jetzt Chandler mit dem Wetter. Jo, ihr Hongs. Chadman hier, holt eure Gummischuhe raus, denn es ist ein Riesensturm im Anmarsch und ihr werdet klitschnass werden. Bis später. Ich lag falsch. Er hat das Wetter verhunden. Oh. Was? Hier, ein Catherine Mulligan-Exklusivbericht. Ich enterne die Seriengeschäftemacher. Der Besitzer ist Vic und der Geschäftemacher ist Gilly. Hüpfender Rasselbock. Sie hat uns glatt unsere Story gestohlen. Das Action-News-Team hat einen heißen Tipp erhalten, dass sich hier eine Berühmtheit aufhält, die sich als alte Dame verkleidet hat. Achtung, gleich rastet ihr aus. Ich, Catherine Mulligan, decke auf. Diese alte Dame ist... ...Mick Swagger in Verkleidung. Er verkriecht sich hier, um Songs für sein neues Album zu schreiben. Make a treat. Hey, das war unser Knüller. Uns legt keiner rein, du Brite, du... Puddingschlacht! Das ist die Story des Jahrhunderts. Cool, dass Gas uns gesteckt hat, dass er Spaghetti-Pizza aus dem Programm nimmt. Ein schwarzer Tag für die Welt der Gourmets. Oh nein! Dies ist der letzte Bissen der letzten Spaghetti-Pizza, die Gas jemals servieren wird. Ich bin Catherine Mulligan und kann kaum sagen, wie köstlich das war. Ich kapier's nicht. Wie kommt sie immer vor uns an die Knüller? Ganz klar, jemand muss sie ihr verraten. Mein Cousin Derek lernt Klempner. Er sagt, man muss das Leck finden und stopfen, sonst wird es immer schlimmer. Rusty hat recht. Wenn wir nichts tun, ist das Action-News-Team am Ende. Halt! Noch eine Schweigeminute für die... ...Spaghetti-Pizza! Und dann hat er mir mein Sandwich geklaut. Ist das zu fass? Der Verräter muss hier von der Schule sein. Jemand, der uns belauscht. Meint ihr, es könnte Meryl sein? Wenn sie es ist, dann schmuggelt sie die Storys ganz bestimmt in ihrem Dutt raus. Was meinst du, Rusty? Rusty! Hä? Sorry. Mein Dad schreibt eine Nachricht nach der anderen. Er geht heute Abend auf ein Date mit seiner neuen und will wissen, was er anziehen soll. Das oder das? Äh, den Rollkragenpullover. Mit der Kinn-Partie würde ich mal sagen, den Smoking. Jungs! Schluss jetzt! Oh nein, Liam hat recht, den Smoking. Psst. Köchin Pat scheint immer diesen einen Tisch zu wischen, wenn wir hier Mittag essen. Das heißt, sie ist wahrscheinlich die Verräterin. Aber wir müssen sicher gehen. Also dann los! Hey, ich hab gerade gehört, in Royal Woods wird der Hackbraten knapp. Oh Mann! Das klingt nach einer wirklich exklusiven Story! Ja, gut. Okay. Also, Patricia, wer war das gerade? Vielleicht, oh, ich weiß nicht, jemand mit den Initialen KM? Ganz genau, ja. Krakauer Mark, mein Fleischmann. Wenn der Hackbraten knapp wird, kann er mir helfen. Na, dann geben Sie ihn mir doch mal. Sagen Sie, Mr. Krakauer, Mark, was kostet Fleisch gerade? Großhandelspreis? Wow. Rinderhack 387, das Pfund. Mark sagt, das ist geschenkt. Wir finden allein raus. Wenn's Köchin Pat nicht ist, wer könnte es sonst sein? Mr. Moo, der Kunstlehrer. Er hat neulich in Clydes Beitrag gezeigt, wie man Pappmaché macht. Richtig. Und er war neulich im Studio und hat unser Gratis-Buffet für die Zuschauer geplündert. Seht mal her, Rusty, der Römer in der Haus. Hm, interessante Interpretation von Rusty, Miss Sau. Oh, tut mir leid, Mr. Moo. Ich krieg diese Exklusiv-Story nicht aus meinem Kopf. Die Frissalien-Tanke schließt. Ja, eine Wahnsinns-Story. Tut mir leid, da ist der Künstler in mir durchgekommen. Rusty ist eine tolle Muse. Äh, weiterzeichnen, Mepiti-Artists. Ich muss mal telefonieren. Ich habe hier etwas, das Sie sehr interessieren wird. Das verspreche ich Ihnen. Haben Sie noch Platz in Ihrer Ausstellung? Einer meiner Schüler hat ein Meisterwerk erschaffen. Habt ihr das gehört? Es funktioniert. Komm zu Papa. Zack, das ist kein Schneemensch. Das ist eine Lawine. Das war knapp. Halt, wo ist Liam? Liam, alles okay? Nichts passiert, Leute. Macht ohne mich weiter. Mimo taut mich schon auf. Das bringt doch nichts. Wir haben überhaupt keine Beweise. Es ist kalt und meine Beine tun weh vom ganzen Laufen. Leute, wir finden dieses Ding niemals. Das war unsere Chance. Wir haben es vergeigt. Vielleicht ja nicht. Seht mal hier. Du hast ein Foto. Wir müssen die Story auf die Website der Schule laden. Und zwar sofort. Hey, seht mal. Das Action News Team. Gut gemacht, Leute. Hey, Jungs und Mädel. Wir haben ein echtes Problem an der Backe. Das auf dem Foto von euch, das war gar kein Schneemensch. Das war mein entlaufenes Schaf, Roxanne. Niemals. Schafe sind nicht so groß und laufen nicht auf zwei Beinen. Hört zu. Sie wurde lange nicht mehr geschoren. Und ich habe ihr beigebracht, auf zwei Beinen zu laufen, damit wir zusammen Skateboard fahren können. Diese himmelblauen Augen würde ich überall erkennen. Oh nein, er hat recht. Das ist Roxanne. Wir müssen die Story zurückziehen. Wir haben uns eben geirrt. Wir haben das ungeschorene Schaf unseres Freundes für ein Schneemonster gehalten. Nicht schlimm. Kommt nicht ins Fragekleid. Wir machen uns doch zum Gespött. Und nicht nur in der Schule, sondern überall. Da hat Rusty schon recht. Die Story lief im ganzen Land. Damit wären wir als Reporter erledigt. Es sei denn, wir fangen Liams Schaf und bringen es dann zum Scheren auf die Farm. Dann werden alle denken, dass der Schneemensch Royal Woods verlassen hat. Was sagt ihr? Ich sage, holen wir uns mein Schaf zurück. Komm in, Schneehörnchen. Hier ist Winterbeutelratte. Wir haben das Zielobjekt vor Augen. Ich wiederhole, Zielobjekt vor Augen. Gut, wir schütteln Bolhoffner ab und komm. Ich wusste es. Ihr drei habt versucht, mich zu sabotieren. Wo ist die Bestie? Sorry. Wir haben ehrlich keine Ahnung. Wir sind bei dem Teich, wo wir immer Schlittschuh laufen. Ich habe keine Ahnung, von welchem Teich ihr da spricht. Koordinaten 55 Grad Westen, 22 Grad Norden. Hey, wir haben Gesellschaft. Los, tretet beiseite. Und wir sind live. Mr. Bolhoffner, tun Sie es nicht. Wir haben Mist gebaut. Es gibt keinen Schneemenschen. Das ist mein Schaf, Roxanne. Das ist nie und nimmer ein Schaf bei meinem abgefrorenen Zeh. Ich beweis es. Tja, wie es aussieht, wurde unsere gesamte Stadt reingelegt. Und Mr. Bolhoffner hat nur neun Zehen. Acht. Am linken Fuß fehlt auch einer. Hört mal her. Das war keine Absicht von uns. Wir dachten wirklich, dass es einen Schneemenschen in Royal Woods gibt. Aber als wir merkten, dass das nicht stimmt, haben wir es vertuscht, um unseren Reporterruf zu bewahren. Ja, tut uns leid, dass wir euch Angst eingejagt haben. Sekunde. Catherine Mulligan sagt, Entschuldigung angenommen. Wir machen alle Fehler. Ich habe mal berichtet, das Rathaus wäre von Mutanten besetzt worden. Okay, aber das stimmte wirklich. Danke, Catherine. Wirklich nett von Ihnen. Von jetzt an werden wir nur noch die Wahrheit berichten. Das ist ein Action-News-Team-Versprechen. Ja, ja, von mir aus. Hey Mulligan, ich hab ne gute Story. Schon mal jemanden mit 18 gesehen? Nein, mach die Kamera aus. Cut!